Dies ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf. Es handelt sich ausschließlich um meine persönliche Meinung als Privatanleger. Willkommen zum ersten Aktienquickie. In diesem Format gehen wir zusammen ganz schnell durch meine persönliche Checkliste und am Ende gebe ich dir meine Einschätzung zu der Aktie. Heute checken wir die Pfizer-Aktie, die aktuell eine über 6,5% Dividendenrendite bietet. Lohnt sich der Einstieg oder heißt es lieber Finger weg? Bleibt dran, es wird kurz, knackig und spannend. Los geht's! Unternehmen oder Branche nicht im Hype. Pfizer ist definitiv nicht im Hype. Check. Unternehmen ist über 10 Jahre an der Börse. Börsengang war 1942. Das Unternehmen ist also seit über 80 Jahren an der Börse. Check. Unternehmen sitzt in USA, EU, Großbritannien, Norwegen oder Schweiz. Der Hauptsitz ist in den USA. Check. Aktienkurs mindestens 20% unter dem All-Time-High. Der aktuelle Kurs liegt fast 60% unter dem All-Time-High. Check. KGV ist positiv und unter 40%. Das KGV für 2024 wird auf ca. 16% geschätzt. Check. Aktuelles KGV niedriger als das historische KGV. Der Durchschnitt des KGVs in den letzten 7 Jahren liegt bei 20%. Check. Historische Nettomargen wachsend oder stabil. Die Nettogewinnmarge von Pfizer schwankte historisch zwischen 13 und 40%. Im Jahr 2023 fiel sie auf 3,5%. Soll aber ab 2024 wieder Richtung 26,27% steigen. Ein knapper Check von mir. Prognosen sind optimistisch. Laut Schätzungen wird beim Umsatz nicht viel Wachstum erwartet, aber der Nettogewinn soll leicht steigen. Analysten sehen ein Kurspotenzial von ca. 26%. Check. Burgram oder zumindest hohe Wettbewerbsfähigkeit. Pfizer besitzt ein umfassendes Produktportfolio mit zahlreichen Patenten und zugelassenen Medikamenten. Außerdem wird massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Ein klarer Burgram ist zwar schwer zu erkennen, aber die Wettbewerbsfähigkeit ist hoch. Wie z.B. bei der schnellen Entwicklung des Corona-Impfstoffs. War das sehr gut zu erkennen. Check. Keine Auffälligkeiten bei der Verschuldung. Pfizer hat im letzten Jahr eine erhebliche Schuldenaufnahme verzeichnet, was kritisch ist. Historisch gesehen war das Unternehmen jedoch immer stark verschuldet. Z.B. 2016 sogar stärker als heute. Daher gibt es von mir einen sehr knappen Check. Aber Vorsicht ist geboten. Fazit. Pfizer ist ein echter Dinosaurier unter den Value-Aktien. Ich bin selbst mit ca. 3000 Euro zu einem Einstiegskurs von 24 Euro je Aktie investiert. Wenn der Kurs auf 23 Euro fällt, stocke ich ein bisschen nach. Ich habe keine hohen Erwartungen an Pfizer, aber die aktuelle Dividendenrendite von 6,7% kombiniert mit einem moderaten Kurspotenzial von 3-4% macht das Investment für mich attraktiver als die 3% Zinsen auf einem Trade Republic Konto. Allerdings bleiben die schwachen Gewinnmargen und die hohe Verschuldung ein Risiko. Für mich ist Pfizer eine kleine unterbewertete Cashflow-Position, aber definitiv kein Kandidat für All-In. Wie findest du Pfizer als Investment? Schreib es in die Kommentare und sag mir, welche Aktie ich als nächstes checken soll. Vergiss nicht den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao.